Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der Traumsteife Saar-Holzbach-Pfad unterwegs. Diese Wanderung hat etwa 13 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns richtig gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden. Wir hätten uns nur etwas mehr Pfade gewünscht, denn gefühlt waren es mehr Breidewege. Am Schluss hatte man dann auch noch einen schönen Ausblick vom Vogelfelsen auf die Saar. Das hat uns auch richtig gut gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch, sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ich bin heute auf der Traumschleife Saar-Hölzbach-Pfad unterwegs. Diese Tour hat etwa 13 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit... Oh, meine Stecke. Scheiße. Stecke vergessen. Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder. Wenn ich jetzt noch einen Schluck trinke. Das geht nicht weg. Deshalb bringe ich dir jetzt mal noch einen Schluck. So, jetzt. Noch etwa 1,5 Kilometer. Deshalb bringe ich dir jetzt was. Wenn das musst du es machen. Dann muss ich halt machen. Ich kriege bestimmt die Salami quer. Ich kriege bestimmt die Salami quer. Vielen Dank.